Meine Freunde haben mir geholfen, die Stärken herauszufinden. Meine Freunde haben gesagt, ich bin hilfsbereit und freundlich. Und sie haben gesagt, ich kann gut tanzen. Meine Freunde sind auch sehr hilfsbereit. Und wenn ich etwas nicht kann, helfen sie mir. Lernen macht mich glücklich. Und mit meiner Mama kuscheln. Ich lerne besonders gerne Malsätschen. Ich freibe auch gerne. Meine Schwester, Robby, Gymnastik, Tennis, Flöte, Schach. Im Ort hat meine Schachbetreuerin einen Schachlehrer gefragt, ob er in der Schule auch mit uns Schach spielen kann. Ja, es macht halt sehr viel Spaß. Und man fühlt sich eigentlich gut. Man kann es gut lernen. Und wenn man mal traurig ist, kann man halt los tanzen oder Musik hören. Spannende Musik. Untertitelung des ZDF, 2020